Es ist ein geniales Gefühl, wenn man nie wieder eine einzige Aufgabe vergisst, weil man ein System hat, auf das man sich zu 100% verlassen kann. Wie das genau funktioniert, zeige ich in diesem Video. Viel Spaß damit. Los geht's! Es gibt drei Gesetze für jede Aufgabenliste, die du unbedingt kennen und umsetzen solltest. Das erste Gesetz lautet, alle Aufgaben aufschreiben. Wenn man sich nur auf sein Gedächtnis verlässt, vergisst man jede Menge. Deshalb, Schriftlichkeit ist die absolute Grundlage für jedes Aufgabensystem. Und deshalb solltest du alle Aufgaben, die du nur im Kopf hast, im ersten Schritt erstmal auf eine Liste schreiben. Das zweite Gesetz lautet, es gibt nur eine Aufgabenliste. Viele Menschen notieren ihre Aufgaben an den unterschiedlichsten Stellen. Eine Aufgaben-App auf dem Smartphone, Notizzettel auf dem Schreibtisch und andere Aufgaben schicken sie sich selbst als E-Mail. So kann man nicht planen. Mach diesen Fehler nicht. Entscheidend für produktives Arbeiten ist immer Übersicht. Es darf also nur eine einzige Aufgabenliste geben, auf der du alle Aufgaben an zentraler Stelle sammelst. Und das dritte Gesetz lautet, Aufgaben müssen immer ein Datum haben. Eine Aufgabenliste kann man nur dann sinnvoll sortieren, wenn jede Aufgabe auch ein Datum hat. Dann stehen die Aufgaben für heute ganz oben und die Aufgaben für die darauffolgenden Tage darunter. Deshalb muss jede Aufgabe immer ein Fälligkeitsdatum haben. Also das Datum, wann ich die Aufgabe anpacken werde. Übrigens, diese drei Gesetze sind universell. Sie sind unverzichtbar, wenn du mit Outlook arbeitest. Sie gelten aber auch für jede andere Aufgabenliste. Nun habe ich noch ein paar wichtige Tipps für dich, wie du mit Aufgaben in Outlook arbeiten kannst. Das erste, wenn du aktiv mit Aufgaben arbeiten möchtest, muss die Aufgabenliste immer sichtbar sein. Deshalb empfehle ich dir, die Aufgabenliste in Outlook im Posteingang einzublenden. Dazu klicken wir im Menü auf Ansicht, danach auf Layout, Aufgabenliste, Aufgaben. Nun wird die Aufgabenliste hier am rechten Bildschirmrand eingeblendet. Und weil ich die Aufgabenliste nun immer vor Augen habe, vergesse ich auch nicht mehr damit zu arbeiten. Übrigens, wie man die Aufgabenliste sinnvoll einrichten kann, wie ich das hier gemacht habe, dazu haben wir ein eigenes Video auf dem Kanal veröffentlicht mit dem Titel Outlook Aufgabenliste Ansichtseinstellungen für Fortgeschrittene. Wir verlinken es dir auch hier im Video. Wir bekommen regelmäßig Aufgaben per E-Mail zugeschickt, die wir nicht sofort erledigen können oder auch wollen. Und dann macht es Sinn, die Aufgaben auf die Aufgabenliste zu setzen, damit man sie einplanen kann und nicht vergisst. Und dafür nutzt man am einfachsten die Funktion Quick-Steps. Das ist hier oben im Menü. Ich klicke hier mal auf einen neuen Quick-Step erstellen. Und da kann man jetzt hier Aktionen auswählen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und wir wählen hier mal eine Aufgabe mit einer Lage erstellen. Ich mache den Namen noch etwas kürzer und sage hier Fertigstellen. Und jetzt können wir hier die Aufgabe mit dem Quick-Step auf die Aufgabenliste setzen. Ich wähle noch ein Datum aus, zum Beispiel Montag speichern. Das kann ich hier archivieren. Schon fertig. Jetzt am Montag, wenn ich dann meine Aufgaben bearbeite, sehe ich hier die Aufgabe Auswertung erstellen. Und ich habe hier gleich die E-Mail mit dem Kontext. Ich sehe, was muss ich tun. Ich könnte auch direkt hier antworten und muss nicht lange nach der Nachricht suchen. Also das finde ich sehr praktisch im Posteingang mit dem Quick-Step Aufgaben zu arbeiten, wenn man aus E-Mails eine Aufgabe erstellen möchte. Wir nutzen bei Bürokaisen OneNote sehr gerne, um zum Beispiel Besprechungsprotokolle zu erstellen. Ich habe hier mein Besprechungsprotokoll aufgerufen. Hier geht es um eine Hausmesse. Und hier steht eine Aufgabe für mich in dem Protokoll. Und vorher habe ich ja gesagt, es ist sehr wichtig, mit einer führenden Aufgabenliste zu arbeiten. Und deshalb hier auch der Tipp, wenn man andere Programme nutzt, immer die To-Dos auf die Aufgabenliste setzen. Hier in OneNote kann ich zum Beispiel auf Outlook-Aufgaben klicken und dann hier eine Aufgabe für mich erstellen. Zum Beispiel für den nächsten Mittwoch. Ich speichere das Ganze. Und nun habe ich das Ganze automatisch auf die Aufgabenliste gesetzt. Hier am Mittwoch steht Programm Hausmesse planen. Und wenn ich dann die Aufgabe öffne, habe ich hier auch einen Link. Mit einem Klick springt er mir hier nach OneNote. Und ich habe hier den Kontext, was haben wir im Protokoll notiert. Das finde ich sehr praktisch. Aus OneNote direkt Outlook-Aufgaben erstellen. Die gleiche Möglichkeit haben wir übrigens auch in Microsoft Teams. Auch hier können wir Nachrichten über die drei Punkte, weitere Aktionen zu einer Aufgabe in Outlook umwandeln. Und könnten noch den Betreff hier anpassen der Aufgabe. Ein Fälligkeitsdatum nun festlegen. Ich möchte sie am nächsten Dienstag bearbeiten und die Aufgabe zu unserer Aufgabenliste hinzufügen. Das macht viel Sinn, wenn in Kanal-Nachrichten, wenn in Chat-Nachrichten Aufgaben für uns enthalten sind und wir diese nicht vergessen wollen. Ich gehe mal nach Outlook. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und tatsächlich hier am Dienstag ist die Aufgabe Kennzahl KW48 hinzugefügt worden. Und ich kann nicht vergessen, das zu bearbeiten. Okay, und nach genau dieser Vorgehensweise, die ich in diesem Video vorgestellt habe, arbeite ich persönlich auch. So führe ich meine Aufgabenliste. So sorge ich dafür, dass alle meine To-Dos auf einer zentralen Aufgabenliste übersichtlich aufgeführt sind. Und das führt bei mir dazu, dass ich erstens sehr entspannt arbeite und zweitens vor allem keine Aufgaben mehr vergesse. Und ich hoffe, dir hat es auch geholfen. Für dich waren auch ein, zwei neue Impulse dabei. Und wenn du auch generell gerne mit Outlook arbeitest, empfehle ich dir auch noch unser neues Video. 11 neue Funktionen in Outlook. So, das war's für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.